ja liebe youtube freunde was macht der bauer hausi heute montag morgen ja jetzt stehe ich auf meinem kartoffelfeld und ich denke ich werde da morgen oder so eine graufe spritzungen machen müssen und eben kombiniert mit einer ölspritzung damit die blattläuse die saatkartoffeln in ruhe lassen und nicht stechen